Hä? Das kann es doch nicht sein. Was soll denn das? Müdigkeit, hier komm da rein. Ich bin mit das Anstrengendste, was ich am Touareg gemacht habe bisher. Moin und Servus, Deutschland, Schweiz und Österreich. Ich zeige mir ein neueres Video auf meinem YouTube-Kanal, Eriks Fuhrpark. Entschuldigung, kurze Umfrage. Was gucken Sie denn gerne für YouTuber? Lieblings-Youtuber ist Eriks Fuhrpark. Okay, danke. Und ich habe es lange genug angeteasert, und zwar soll der Touareg TÜV kriegen. Aber gar nicht der Touareg Hinty mehr, sondern ein weiterer. Und was muss gemacht werden? Querlenker. Querlenker, beziehungsweise Dreieckslenker beim Touareg. Katastrophe. Dann fängt die Katastrophe erst richtig an. Wir haben schon angefangen. Ich werde euch gleich die andere Seite zeigen, damit wir schon wissen, was wir überhaupt tun. Weil das ist krampfhaft. Krampfhaft bis zum Gehtnicht. Und zwar ist hier schon alles gelöst. Wir sind nämlich auf der Fahrerseite. Und wie gesagt, ich zeige euch nämlich gleich die Beifahrerseite. Und worum soll es jetzt überhaupt gehen? Und zwar geht es um genau das Teil hier. Ich zeige euch erst mal das Ersatzteil. Hat schon. Ei, 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 ei. Guck mal das Ding an. Ach, du filmst, ne? Ja, das bleibt auch drin jetzt. Das bleibt drin. Also, das ist hier der Dreieckslenker. Hier Traggelenk. Hier auf der Seite die beiden Lager. Und im Endeffekt ist genau hier das Problem. Naja, ganze Auto ist ein Problem. Und zwar, wir haben ein Video auf YouTube geschaut, wie man das Ganze natürlich demontiert. Und der hat sich genau um diese Schraube hier beklagt. 6,5 Stunden später. Und zwar ist das hier diese Exzenter-Schraube. Und zwar ist ja hier einmal ein Gummilager und da drin ist nochmal so eine Metallbuchse. So, und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Schraube sich mit dieser Metallbuchse verrostet, vereint ist, verschweißt und die kriegt man einfach nicht mehr gelöst. Wir sind hier eben schon mal mit der Flex rangegangen. Das Problem ist aber, dass man im Prinzip nicht weit genug reinkommt. Man kann die Schraube nicht ganz durchtrennen. Das heißt, wir brauchen morgen so eine Stichsäge, eine Tigersäge oder so, damit wir die Schraube ganz abkriegen. Aber für das Video versuchen wir mal, auf die andere Seite zu gehen. Ist eigentlich genau das gleiche Auto. Also ein Touareg 7L, 3 Liter V6, alles gleich bis auf 19 Zoller, ne? Ja, auch schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir machen es hier auf der anderen Seite, weil der Typ im Video hat gesagt, bei ihm ging es auf der Fahrerseite gut. Wir werden sehen, ob es bei uns auch so ist. Also, erstmal Reifen runter und sowas und dann werden wir mal schauen. Was sagst du? Ja, egal. Ich sehe schon, ihr habt schon Stellung gesehen. Yeah. So Leute, und was ich natürlich sagen wollte, zu meinem Touareg kommt es dann auch noch. Wir wollen ja bei mir auch TÜV machen. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Lernobjekt, ne? Aber pscht. Wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Und wie ich euch schon gezeigt habe, das Teil muss ab. Also im Endeffekt Querlenker. Dann muss noch diese Koppelstange weg. Also die kommt auch neu. Genauso wie der Spurstangkopf. Der kommt auch neu. Und der befindet sich auf dieser Seite. Das heißt, heute Spurstangkopf in dem Video, Koppelstange und hier zu diesem Schmerzteil hier. Alles eingeschmiert schon? Oh. Oh. Nicht vor zwei, drei Tagen eingeschmiert? Oh. Ich sehe schon, wie wir mit meinem Touareg zur TNF fahren. Also alles eingeschmiert und wir fangen mal an, ein paar Schrauben zu lösen. Also das ist Pflichtwerkzeug. Ein Riesenhebel. Oh, das geht hier viel besser. Das ging richtig leicht, ne? Hä? Auf der anderen Seite knack, knack, knack. Bevor sich überhaupt irgendwas bewegt. Aber wieso? Das würde mich mal interessieren. Warum die Beifahrerseite weniger? Also wie man sehen kann, die Seite lässt sich sehr einfach lösen bisher. Ich glaube, jetzt hat sie mitgelebt, ne? Ja. Ja, krass. Das ist fantastisch. Wie man schon sehen kann, ich kann jetzt hier dran drehen und die andere Seite dreht sich mit. Das heißt, wahrscheinlich ist sie nicht fest. Und auf der anderen Seite, hier, wird es dann natürlich gleich genauso sein, ne? Auf der anderen Seite habe ich ja vorhin gezeigt, die Schraube, die kommt nicht raus. Und jetzt gucken wir mal, wie das auf der Seite ist. Ja, fantastisch. Gar nicht mehr auf Kamera geguckt gerade, aber war noch drauf. Also wer die Arbeit auch machen will, der Rest 21 bisher alles. Und jetzt haben wir einmal ein Sechskant H6. Und der kommt jetzt hier rein und dann können wir die Mutter lösen. Doch, versuch mal. Ich guck mal, ob ich das gegenhalten kann. Nö. Ja. Hey, mach doch hier so. Und Werkzeug ist 2 mal 18, sind 36. Ich bin zwei fett. Wir sind uns jetzt gerade nicht sicher, ob die Schraube gerade am reißen ist. Deswegen gucken wir jetzt zusammen mal, ob die Mutter sich nur dreht oder ob auch die Schraube mitdreht. Leg mal los. Mehl. Ach, perfekt, Alter. Ruben! Ja, genau. Das sieht gut aus. Diese Kack-Kamera, Digga. Das macht vielleicht mehr Content auch Spaß einfach. Auto so machen, ich mache so. Also wir hätten jetzt das gelöst, wir hätten das gelöst, wir hätten das hier gelöst, wir hätten das gelöst. Wir hätten auf der anderen Seite das auch gelöst. Im Endeffekt bleibt uns jetzt nur noch diese Schraube über. Und dann hätten wir alles ab, dass wir den Querlenker aufbauen können. Im Endeffekt ist das die Schraube nämlich tatsächlich für das Luftfahrwerk. Boah, Maschine. Ja, kannst du machen. Also dreht nur Mutter. Es fühlt sich so weich auf der Seite. So als würde es gleich abreißen. Geschneidig, dieses kurz vorher. Wenn es auf einmal leicht wird. So, also wir wären soweit. Wie wir gesehen haben, konnten wir jede Schraube perfekt lösen. Spurstandkopf. Oh, ja gut. Ja, Spurstandkopf. Wir haben mittlerweile schon 9.10 Uhr, also 21.10 Uhr. Dann hier, ne? Das machen wir natürlich heute auch noch fertig. Genau. Und zwar hat irgendein Ingenieur, hat das so konzipiert, dass im Endeffekt hier eine Schraube ja einmal durchhängt. Wenn wir gesehen haben, die Mutter kann man jetzt lösen. Das heißt, die muss noch durchgeschlagen werden. Und wenn man das durchschlägt, können wir schon sehen, auf welcher Höhe das ist. Das heißt, der Kopf kommt hier gegen die Angstmanschette. Angstmanschette. Halt mich fest, Digga, you shit. Gegen die Achsmanschette. Und auf der anderen Seite haben wir den Fehler natürlich schon gemacht. Das heißt, hier ist die Achsmanschette kaputt, wie man auch sehen kann. Alles voll mit Soße. Deswegen wurde auch kurzerhand mal eine neue Achsmanschette gekauft. Sorry, keine Achsmanschette. Das wäre natürlich viel zu viel Arbeit, ne? Deswegen einfach gleich eine neue Antriebswelle. Also Spurstandkopf raus und jetzt im Endeffekt Koppelstange, ne? Oh, wie macht man das jetzt eigentlich mit der Schraube dann? Das Dämpfer ab oder was? Ja. Wir müssen hier vielleicht mit einem Klotz oder so, also mit hier, wie heißt das? Mit dem Wagenheberstange. Bei Angst, dass ich wieder kaputt mache. Ja, bitte nicht. Es hat wirklich nach nichts ausgesehen, zu kaputt machen. Aber war kaputt. Okay, lass ab. Man hat's gehört, oder? Guck mal, jetzt hat es echt geschafft. Ich habe vorhin gesagt, Spurstandkopf tauschen, aber auch noch Längstange tauschen. Schon wieder? Komm schon wieder gegen. Theoretisch kannst du sie nicht rausnehmen. Zumal da kannst du ja auch nicht irgendwie was nach oben, nach unten machen. Hä? Hä? Das kann's doch nicht sein. Wieso? Was soll denn das? Wie wir ja sehen können, kommt die Schraube nicht raus, weil die Manschette von dem Lenkgetriebe hier noch vor ist. Also erstmal das abmachen. Das heißt, man muss tatsächlich, wenn man Querlenker tauschen will, das auch lösen. Aber haben wir aus Zufall neu. Also ist das jetzt kein Problem, weil wir hätten die Arbeit sowieso machen müssen. Aber ja, ist halt irgendwie schon blöd, wenn die Schraube nicht rauskommt. Die Schraube kommt nicht raus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, okay. Willst du nochmal so tun, als hättest du das nie gesagt? Nö, doch. Da bleibe ich bei meiner Meinung. Die ist halt hart, weißt du? Die ist ja aus Kunststoff, gar nicht aus Gummi. Deswegen kannst du da schon ein bisschen entgegenkommen. Ja, also nimmst du Aussage zurück. Ich nehme Aussage zurück. Sorry, VW. Bitte, Sponsoring. Wir lösen jetzt mal alle Schrauben. Und ich hole euch dann raus, wenn wir natürlich irgendwie eine Problematigkeit haben. Oder sobald wir den Querlenker ausbauen. Ich gucke gerade so raus, weil ich warte schon sehnsüchtig auf meine Pizza. Hä, wie schnell ging das denn? Was hast du überhaupt gemacht? Oh, er ruft an. So, also. Dann legen wir mal direkt wieder los. Ach so, jetzt geht das da auch nicht raus. Hier ist so keine Manschette, ne? Ja, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Hey, ich check gerade nicht. Was ist denn dann hier kaputt? Also gut ist das nicht. Okay. Oh. Ah, ja, ja. So, es ist halb zwölf. Vorhin war es 9.20 Uhr oder so, habe ich gesagt. So, Bremsanlage ist verbaut. Also, Knochen hier ist drin, also Koppelstange. Dann haben wir noch Querlenker komplett drin. Also im Endeffekt sind alle Schrauben drin. Doch, alle Schrauben sind drin. Die Schraube ist drin, auf der anderen Seite genauso. Und jetzt werden wir alle Muttern nochmal dran machen. Damit wir das Ganze dann morgen finalisieren können. Ist schon ziemlich spät, ne? Lasst uns dieses Europa gemeinsam verändern. Willst du wissen, wie spät das ist? Es ist Viertelfort 1. Morgen also komplett einmal finalisieren. Die ganzen Schrauben festziehen. Also heute im Endeffekt so weit vorbereiten, dass wir morgen... Morgen. Das sind... Ey, ja, nee. Müdigkeit kicker. Morgen. Ja, komm. Dass wir morgen dann nur noch festziehen müssen. Also, bis morgen. Hallo Freunde, neuer Tag, neues Glück. Wir haben heute einen richtig sonnigen, schönen Tag. Und ich zeige euch mal, was wir geshoppt haben. Und zwar haben wir hier jetzt so eine Fuchsschwanz, also eine Säbelsäge mit einem Metallblatt. Im Prinzip geht es nämlich hier drum. Einmal hier rein, dass wir die Schraube durchsägen auf der anderen Seite. Hast du da eigentlich schon was versucht? Ja, ja, ja. Müssen wir da auch durch, ja, ne? Ja, sägen wir jetzt auch. Auch durchsägen, ne? Ich glaube, das Sägenblatt ist durch. Ich habe gerade auch geguckt, der wirft aber noch Späne. Viel zu wenig. Ja, ja. Weil es tut sich nichts mehr. Das ist aber schön, wie man die Späne stellt. Das stimmt. Aber die wackelt ja schon, komm. Achso. Hast du mehr auf einmal, oder was? So, wir mussten noch die Antriebswelle rausbauen. Als wir hier durchgesägt haben, lag ungefähr die Säge. Die kam ja hier hoch und wäre sonst in die Antriebswellenmanschette reingegangen. Jetzt so weit reingesägt, dass wir hoffentlich die Schraube jetzt rausschlagen können oder rausdrehen. So, Freunde, also wie wir sehen können, kaum mehr Zähne dran. Also im Prinzip eigentlich gar nicht. Genauso auch, dass die Zähne so immer im Zickzack sind. Also ab zu Obi und ein bisschen was kaufen. So, also ab geht's. So, also Verstärkung ist gekauft. Einmal schön neue Sägeblätter. Und dann schauen wir mal, ob das was mit dehnen wird. So, Freunde, also das Teil wäre jetzt gelöst. Wir haben mit dem Ding noch ein bisschen weiter gesägt und im Endeffekt dann einfach mit dem Hammer und dem Meißel hier zwischen gegengeboxt. Und das Ganze hat sich dann gelöst. Hier sieht man auch ganz gut, wie wir gesägt haben. Das heißt, erst von oben runter, dann haben wir die Schraube einmal gedreht, dann haben wir wieder so gesägt, dann haben wir so gedreht, dann haben wir hier wieder runtergesägt. Geil. Nach ein paar Stunden sind wir jetzt soweit, dass wir hier durchgesägt haben und dort durchgesägt haben. Und jetzt versuchen wir endgültig diesen Querlecker hier auszubauen. Fällt eigentlich gleich schon ab. Fantastisch. Also, Leute, jeder, der das machen will, macht es nicht. Ich bin mit das Anstrengeste, was ich am Touareg gemacht habe bisher. So, Freunde, also, wir sind mittlerweile hier schon so lange am machen. Wir machen das Ganze jetzt fertig. Querlenker ist mittlerweile auch drin. Ich hole euch jetzt raus, sobald das Auto rausfährt und dann sehen wir uns morgen zu einer Probefahrt. Also, ich würde sagen, bis morgen, dann, wenn es wieder hell ist. Obwohl, ja, es ist... Hä? Wir halten uns dran und dann bis morgen. So, ich melde mich aus dem Auto. Es ist dunkel. Es sind auch schon ein paar Tage vergangen. Und ich habe vergessen, eine Probefahrt zu machen. Ja, das war es eigentlich. Ja, das ist eigentlich, was ich zuletzt gesagt habe. Wir machen noch eine Probefahrt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es hat alles, sobald die Querlenker rausfahren, hat alles super funktioniert. Schrauben rein, alles perfekt. Und das Auto fährt sich wie neu. Das ist fast schon zu hart gefühlt. Man war ja sehr gewohnt, Touareg, alles weich, alles komfortabel. Und jetzt, wo alles neu ist, ist es ziemlich hart geworden. Das Auto spricht viel besser an, ist alles ziemlich knackig und so. Gar nicht mehr dieses typische Touareg-Vibe. Naja, trotzdem alles wesentlich besser. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich vergessen habe, die Probefahrt noch mit reinzunehmen. Ich habe einfach vergessen, das zu filmen. Gut, an der Stelle, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abonnement da. Schreibt auch gerne, was ihr noch so sehen wollt über den Touareg. Also, an der Stelle würde ich sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder auch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüssi!